In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie im OPAC gezielt nach E-Books und Online-Aufsätzen zu einem bestimmten Thema suchen können. Öffnen Sie den OPAC der Universität Augsburg. Für viele elektronische Angebote ist es notwendig, dass Sie sich im Netzwerk der Universität befinden oder per VPN-Client darauf zugreifen. Die Anleitung zur Einrichtung des VPN-Zugangs finden Sie auf den Seiten des Rechenzentrums der Universität Augsburg. Geben Sie Ihre Suchbegriffe in die Zeile Thema Schlagwort ein. Klicken Sie auf Suche. Die Trefferliste gliedert sich in drei Reiter. Unter Katalog der UB Augsburg sind die Augsburger Bestände aufgeführt. Hier sind elektronische Publikationen zumeist mit dem Ad-Zeichen versehen. Aufgepasst! Bei manchen Treffern ist zwar in der Trefferliste nur das Buchzeichen angegeben, es handelt sich aber dennoch um ein E-Book. Klicken Sie auf den entsprechenden Titel, um zur Einzeltrefferanzeige zu gelangen. Wenn ein E-Book vorhanden ist, ist ein Volltext-Button zu sehen. Ein Klick auf den Volltext-Button führt Sie auf die Seite, auf der das E-Book bereitgestellt wird. Achtung! Auf manchen Plattformen muss man sich zunächst anmelden. Erst dann kann man auf das E-Book zugreifen. Sehen Sie hierzu unser Video 1, Suche nach einem E-Book im OPAC. Nun zurück zu den Reitern in der Trefferliste. Im zweiten Reiter, Bayerischer Verbundkatalog, werden die Bestände aller bayerischen Bibliotheken angezeigt, also auch E-Books, die von anderen Bibliotheken in Bayern erworben wurden, aber nicht von der UB Augsburg. Ein Zugriff von der Uni Augsburg aus ist dann leider nicht möglich. Während unter dem Reiter Katalog der UB Augsburg nur Bücher zu finden sind, bietet der dritte Reiter Aufsätze und mehr auch Artikel zum gesuchten Thema an. Neben Aufsätzen sind hier Zeitungs- und Lexikonartikel oder Rezensionen zu finden. Ist der Button Volltext vorhanden, können Sie den Aufsatz sofort abrufen. Mehr Treffer erzielen Sie in diesem Reiter allerdings, wenn Sie Ihre Suchbegriffe in die freie Suche eingeben. Für die Suche nach elektronischen Dokumenten zu einem bestimmten Thema sollten Sie unbedingt auch bibliografische Fachdatenbanken nutzen. Sehen Sie dazu unser Video 4. Elektronische Aufsätze in einer Datenbank finden. Noch ein Tipp. Möchten Sie gezielt nur elektronische Treffer zu Ihrem Thema angezeigt bekommen, grenzen Sie die Liste am linken Rand auf Elektronische Ressourcen ein. Viel Erfolg bei der Recherche!